Guten Tag. Eißen. Nächster Halt, Astra-Promenade. Ist klar. Nächster Halt, Astra-Mann-Forschung-Zentrum. Tut mir, wo hab'la. Wo hab' ich denn... Ah, hier. Was mein' ich denn raus? Nee. Genau pünktlich. Was für eine Nacht, wir gehen völlig durch. Gehen wir uns? Hier ist die Fahrkarte. Alles gemein. Oh nein, ich hab' sie hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Wannerei. Nächster Halt, Nord-Speichel. Gestern war's super. Ich wär' nachmittags im Schwimmbad und dann hab' ich die ganze Nacht im alten Sägewerk-Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Nächster Halt, Nord-Speichel. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht zu. Ist das kalt heute Abend? Wenigstens ist der Bus geil. Die versperren die Tür. Was soll ich denn jetzt zu essen, nun? Fastfood? Junkfood? Junkfood? Äh, ich glaube, ich probier mal Streetfood. Nächster Halt, Südspeichel. Hey. Nächster Halt, Stocker-Platz, Endstation, bitte alle. Nächster Halt, Stocker-Platz. Endstation, Endstation, bitte alle aussteigen. Tschüss. Na, wie läuft's? Na, wie läuft's? Günter, es. Ja, bin dabei beim Kochen. Bieter Sand brennt. Nee, ist relativ sanft eingestellt, der Herd. Brauchen wir es nicht mal kochen, die Kartoffeln dauert ewig. Und braten. Ja gut, das würde ich nicht mehr unaufsichtig gelassen. Also, so deine Cookies gehen dahin, wo die Cookies sind. Der nimmt schon wieder auf der Pläne. Komm wieder auf. Hat er nichts anderes zu vertonen. Jetzt dachte ich mir auch so. Der wollte ja nicht ins Bett gehen. Nächster Halt, ADM-Zimmer-Platz. Achso, ja, wir gehen im Spielschirm. Auf dem Sehsticht. Umsee. Wo ist der Molator? Ich dachte auch umsee. Hey, wo ist der Molator? So, ein schöner Tag. Beide zu Hause, schlag ich auf. Hallo, warum sind die Keksen voll? Hört auf zu rufen da draußen. Ja, bei mir rufen sie auf wegen der Bestellung. Aber ich brauche, wir werden noch mal essen. Hier, bei Spritkont. Na klar, hab ich ihn klar. Muss noch grad bestellen. Hier, was? Hier ist die Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Nächster Halt, Stocker-Platz. Oh, Entschuldigung. Würde nicht auch passieren. Naja, wahrscheinlich. Nein, ich würde sie gar keiner stören dadurch. Nicht das. Nicht das Essen. Gebrochen. Kleiner. Oh, wie süß. Mich Kleiner nennts. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich hab ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Nächster Halt, Stocker-Platz. Ich muss noch schauen, ob ich meinen Badeanzug passe. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller gehe. Es ist viel zu heiß draußen. Wie auf 4, bitte. Ich hab. Na klar. Sie hab. Hier. Na klar. Was? Wo? Wie? Ich hab in meine Fahrkarte. Ich hab in. Sie haben meine. Hier. Was? Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Tschüss. 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 Nee. Mein Liefer-Service hab ich mir Tschüss gesagt. Den wir meine Bestimmung geliefert haben. Oh nee. Das sind schon mal Gritzelein an der Wand. Ist da ein Pimpel an der Wand irgendwo? Nee. Glück gehabt. Kein Pimpel an der Wand. Penis. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Welte doch. Welte doch. Dino. Nächster Halt. Nächster Halt. Südspeicher. Sehr pimplich. Und Bani Bus kommt. Und ich bestellt hab gerade. Tschüss. Wiedersehen. Hey. Von mir aus könnte jeder Tag ein Feiertag sein. Nächster Halt. Nichtster Halt. Nott-speicher. Das ist so ein Held. Danke, dass ihr so freundlich seid. Tschüss. Hi. Hallo. Hallo. Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. nö ach der busfahrt nicht necht was warten bis alle busses laufen sitzen nö Wer hat trotzdem Lust? Der rollt trotzdem an. Weiß nicht welche Sorte ich da drin habe, scheiße, ich bin Ruhe. Klasse. Kacke. Besser als dir. Ach, der tankt immer noch ab. Abgezackt. Ja, ich habe 500 Liter bestellt. Das dauert eine Weile. Wenig? Warte mal, wenn du 1000 bestellst, das geht noch länger. Bitte alle aussteigen. Erstmal Tor wieder zu. Müllabfuhr kann ich mal bestellen. Über das Auto von dem Zivilisten erstmal drüber gesprungen. Fahren Sie ein Rennen? Haben Sie es eilig? Werde eine Banane auf den Boden geschmissen. Der Honk. Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Tschüss. Tschüss. Was? Hey, hast du wieder was gefolge von Windern in der Leidenschaft gesehen? Schütt dann. Wieder. Was? Irgendwo wieder was nachgeführt werden müssen. Ne? Zeitungen wieder. Oh, es stürmt schon wieder. Nein, schon wieder ein Sturm. Eigentlich habe ich auch gar nicht gebrauchen. Es stürmt schon wieder. Neu. Nein, per Wohl gewaschen. Neu. An nächster Kuchen. Wie hast du die Macher hier? Klar. Nein, oder? Es ist schon wieder holeど. Wir haben das leidisch. weil die kippen nicht finden will ich mal egal ist es weil auch mehrere hängen ich hab mehrere packwarenregale stehen abstatt der klingel ins bettchen hallo war ja klar dass das wieder kommt ich fühl mich als hätten wir gestern im alten sägelerk durchgefeiert ich bin sehr müde ich muss erstmal wieder geld zusammenbekommen in der tanke mein sandhaufen wieder weg machen auch nicht die tanke fahren du blöd mann ist doof machst du noch mal einen klaren krieg eigentlich das essen ganz gleich zu mir bringen klein nehme ich auf dem schoße gefüttert stefan weiß ich doch wisst du doch muss der große auf die aufpassen treten sie mal ein bisschen auf die bremse ja zu schnell wahrscheinlich in der 50er zone ach so 70 ja gut das geht ja noch ja weil sie zu schnell sehen kann man zu schnell ist aber seite genau sag ich mir auch so könnte ja egal sein ist ja dein führer schrei und dein foto schatzi schick mir ein foto ich fühl mich als hätten wir gestern im alten sägewerk durchgefeiert ich bin hundemüde die option gibt es auch noch die option nur die option haben sie zur verfügung nee hey was machen sie so ich war mal banker aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt guckis kekse ja was suchst du denn mecker nicht geh einfach dahin wo du es findest meine fresse ja mein ja meine früge ja nur weil du mir stehst musst du dir ja trotzdem alexland giften ja ich weiß nicht krass oder kommentar von sich gibt ja ja danke dass sie so pünktlich sind schon nett sein zu ihm ich hoffe ich kann unterwegs ein bisschen schlafen ich hoffe ich kann unterwegs ein bisschen schlafen schlafen schon wieder ich muss hier aussteigen bitte ich habe keine sandhaufen mehr so wie du absolut pünktlich danke sehr ich glaube ich brauche die werkstatt so langsam mal wieder die rentiert sich halt auch ja dann mach halt nur einen erteiler auf erstmal der eine teil ist eh noch komplett leer fast ja wo es schon möglichst voll ist meinst du ja weil bei der anderen fähigen spiegel kühlwasser alles noch der ganze nach und nach bestellen in der letzten folge kam endlich raus dass hans eine zwillingsschwester hat christina was stinkt denn hier so der auspuff haben wir es eigentlich hier oder was ja das ist ja erlaubt ja das ist wahrscheinlich für 80 in der 50 aber eher so rum ist es nur am heizen der kleine schweiler nur am heizen auch so gesagt kein sekundenschlaf bei der bei der geschwindigkeit der kleine schweiler der kleine schweiler ist irgendwo schon wieder ausgetobt ne ich hab vergessen die blumen zu ach so bei dir mein sonnerwanderer mhm das wird auch überstrahlen schon wieder wie ein wandkretzelein dran war aber es war kein äh ist jetzt so ist ich bin nicht in hier gelangen Das sieht doch gut aus. Krass. Die sind dann mal streichen. Ich habe mir die scheiß Holzbretter von den Scheiben weggenommen in der Lagerstätte. Ja, ich auch. Ich weiß nur nicht woher mit den Brettern. Dann schlägt sie erstmal nach draußen gerade und dann stopft sie nach und nach in die Container. Nee. Du kannst es mit der Polizei erreichen. Kann es eigentlich auch okay. Ich glaube die Polizei ist schon unterwegs. Mal ein Unfall. Genau pünktlich. Bis dann. Wiedersehen. Mensch, geh doch mal in den Scheiß-Container. Blödes Teil. Und drinnen im Container. Na klar. Na klar. Na klar. Weil es so dunkel ist. Hier, bitte. Okay, ja. Ich verstehe. Was die Tage unterlegen. Guck mal, ist denn die Zeit unter und andere. Das ist uns die keiner machen, oder? Widerliegen. Widerliegen. Widerliegen, widerliegen. ich musste gestern arbeiten wir schafft der kleine net ich habe vergessen die haustür abzuschließen ich komme ich nicht ist klar ja sie sind wahre seine kippen wieder so ist anders egal egal weiter das ist das kleine das ist ja perfekt gelaufen gratuliere ich habe mit der stadtverwaltung gesprochen sie wollen dass wir mit der firma expandieren ein paar neue leute einstellen neue busse anschaffen für unsere bemühungen haben sie eine provision angeboten und die genehmigung erteilt das streckennetz auf die gesamte region nördlich des stadtzentrums auszuweiten klingt gut oder wenn wir unser ziel erreichen wollen sollten wir langsam neue busse kaufen auf in den busladen da sollte eine kleine auswahl zur verfügung stehen oder 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 sondern schmecken lassen pallas stoffe Chess!